So, die Rüstung kann ich hier jetzt ausziehen. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Zack, 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 zack. So, und das Schwert habe ich auch schon abgelegt. Und hey, Freunde, da seid ihr wieder. Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergiss auch, wenn ich jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren und rechts nicht mal auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Eki-Army wirst. Haha, ganz genau. Und es würde mich auch super duper freuen, wenn du jetzt hier dem Video einen Like geben könntest. Also einen Daumen nach oben. Yay! So, Leute, also, heute ist ein richtig cooler Tag, denn heute gehen wir gleich zur Schule. Soll ich mal zur Schule gehen? Ja? Ich bin schon nämlich super spät dran, so wie jedes Mal. So, wir gehen jetzt runter. Moment mal. Essen! Ach, lecker. Und so, runter geht's. Denn, Leute, die Schule beginnt in 10 Minuten und ich muss noch ganz viel Sachen erledigen, wie zum Beispiel... Moment, lass mich mal runter so... Wow! So, und zack. Denn ich muss hier ganz dringend die Gartenarbeit machen, denn letztes Mal, also gestern im Video, war Omi da und ratet mal, was sie gemacht hat. Ganz genau! Patsch! Patsch! Ups, jetzt habe ich außerdem hier das kaputt gemacht alles. Uiuiui, tut mir leid. So. Und eine Karotte hier einpflanzen und jetzt alles schön mitnehmen. So, zack, 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 zack. Damit Omi auch schön nicht sauer wird und er alles mitnimmt. Oh, oh. So, und vier, elf, 16 und, oh Mann, nur 25 Melonen. Ich will mal wieder einen neuen Highscore knacken. So. Und bitteschön, Ferdi. Boah, jetzt habe ich die alle daneben geworfen. Moment. So, ich wollte ganz viele geben, Ferdi. Hallo. So, bitteschön, Süßer. So, und für dich gebe ich hier, für dich habe ich hier ein paar Melönchen. So, zack, zack, zack. Bitteschön, so schnell alles hier lagern. So. So, zack, 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 zack. Boah, wir haben schon ganz viele Sachen. Wir können die mal wieder verkaufen gehen, Leute. Alter. So. Leute, wir sammeln so viele Sachen und ich könnte mal wieder richtig viel Geld gebrauchen. Das wäre richtig cool. So, machen wir hier die Tür zu. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal ganz schnell zu Luki. Also zu seinem Haus, weil er ist ja gerade nicht da. Und ich hole mir da ganz schnell mal Cornflakes, weil das sind auch meine leckersten Lieblings-Cornflakes. Nämlich die Fruit Tubes. Ganz genau. So, wir beeilen uns. So. Und zack. So, beeilung, beeilung, beeilung. Und so, und hier rüber. Und da vorne ist auch schon das Haus. Oh, hallo, Schlaf. Na du, wie geht's dir? Du bist ja süß. Ja, Leute, schaut mir, ist so ein süßes Schäfchen. Das ist einfach, mir hat er gerade auf dem Weg übergelaufen. Oh, Leute. Hallo, willst du eine Blume haben? Hier. Komm. Ich. Na los. Süß. Naja, egal, Leute. Ich muss jetzt dringend weiter, denn ich habe gleich Schule. So, und da wir jetzt gerade die Gartenarbeit gemacht haben, kann auch Omi nicht mehr kommen und Patsch, Patsch machen. Ich sag's euch, Leute. Omi ist schlimmer als jeder Omega-Agent und schlimmer als jeder Lehrer. So, und zack. Und so, und lecker schmecker, Leute. Schaut mal, da sind die Fruit Hoops in jeder verschiedenen Geschmacksrichtung und der blaue Vogel. Und da steht es, Leute. Fruit Hoops. So, und nam, 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 nam. Ach, lecker schmecker, Leute. So, und jetzt noch ganz schnell ein Computer. So, und hi, 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 hi. So, und deinstallieren. Super. Und ich würde sagen, das war's jetzt. Wir gehen jetzt ab zur Schule, Leute. So, beeilen uns mal. So, 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 so. Und, Leute, schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an, denn gleich passiert noch etwas richtig Cooles und das wird total spannend, Leute. Also, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. So, und so. Oh, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ja, so, super. Und hier lang. Und zack. So. Und jetzt hier lang, noch den blauen Himmel hier entlang. Und, Leute, es ist heute mal wieder so ein super, duper Tag. Und ich brauche ja gar keine Ausrüstung mehr, weil Omega wurde vertrieben von der Stadt. Und, ja. Zack, zack, zack. Auf geht's zur Schule. Leute, wir wollen lernen. La, la, la. La, la, la. Was ist das denn? Hä? Leute. Hier sind ja so komische Brücken. Oh, Gott, oh, Gott. Was hat das denn hier zu bedeuten mit diesen Brücken? Hm. Okay, okay, okay. Moment mal, Leute. Ich muss jetzt hier eine Brücke auswählen. Und da darf nicht die falsche Brücke dabei sein. Oh, Gott, oh, Gott, Leute. Ich verstehe so langsam. Oh, nein. Nicht schon wieder so ein komisches Spiel. Aber, Leute. Ich sollte mal lieber ganz schnell meine Klamotten holen. Also meine Ausrüstung. Und mein Schwert. So. Wir beeilen uns mal ganz schnell. Zack, zack. So. Und ganz schnell zu mir nach Hause. Und die Schwerter holen. Und meine Ausrüstung. Denn ich bin mir total sicher, dass dort wieder total böse Leute sind. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So. Und so. Und so. Und schnell hochgehen, Leute. Wir müssen uns dringend beeilen. So. Und, Leute. Wenn ihr wissen wollt, was gleich in diesen Häuschen ist bei den Brücken. Und welche ich auswähle. Ob ich die richtige oder falsche auswähle. Wenn ihr das alles wissen wollt. Dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran, Leute. Und gebt dem Video unbedingt jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das würde mich super freuen. So. Und schnell hoch. Zack, 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 zack. Wir müssen uns beeilen. Lalalalalala. So. Und zack, 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 zack. Ich würde sagen, wir nehmen sogar diese Ausrüstung hier mit. Und dieses Never-Schwert. So. Super. Und auf geht's. Wenn eines kaputt geht, ziehen wir einfach das andere an. Und Tür zumachen. Super, Leute. Jetzt müssen wir uns beeilen. So. Auf geht's zu den Brücken. Ich bin so gespannt. Und, Leute. Eigentlich müsste ich ja jetzt zur Schule. Aber, hm. Was soll ich tun? Soll ich zur Schule oder soll ich bei diesen Brücken bleiben? Ich würde sagen, wir bleiben bei diesen Brücken. Denn das sieht richtig cool aus. Und vielleicht gibt es da ja eine richtig coole Belohnung. Ich liebe Belohnungen. Also eine Überraschung. So. Und, Moment mal. Wo muss ich denn lang gehen? Upsi. Ich habe mich aus Versehen umgedreht. Ich bin hier so ein Tollpatsch, Leute. So. Und hier lang. Oh, Leute. Da vorne sind ja auch schon die Brücken. Oh, das wird so spannend. So. Leute. Welche Brücke sollen wir zuerst auswählen? Die gelbe Brücke? Die rote Brücke? Oder hier die grüne Brücke, Leute? Welche Brücke sollen wir hier als erstes nehmen? So. Die rote? Ja? Nein? Ich will auch nicht die rote als erstes wählen. Wir gehen am besten mal hier zu der niedrigsten zur gelben. So. So. Seid ihr bereit, Leute? Wir werden diese Brücke nun entlanglaufen. So. Und. La la la. La la la. Ich bin so gespannt, was hier auf mich warten wird. Seid ihr bereit? Klopf, klopf, klopf. Baldi? Hey, was machst du denn hier, Baldi? Ja. Hey. Oh Gott, oh Gott, Leute. Baldi ist hier. Wow. Wir müssen kämpfen. Und ha. Ein Wasserkampf ist das. Toc, 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 toc. Baldi. Was machst du in dem Häuschen? Und in dieser Brücke? Oh Gott, oh Gott, Leute. Die gelbe Brücke war scheinbar eine Falle. Na los. Komm hoch, du Fiesling. So, dann komme ich eben runter zu dir. Na los, komm her. Und ja. Und hoch. Und du Fiesling. Leute, Baldi war hier eine Falle. Du dover. Dover. Baldi. So, toc, 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 toc. Wir haben ihn aber gleich besiegt, Leute. So. Und ich würde sagen, ha. Das war ja easy. So. Und meine Rüstung ist hier gleich kaputt. Oh Gott, oh Gott, Leute. Nein. So. Jetzt hier rüber. Und so. So. Der gelbe Weg war eine Falle. Jetzt gehen wir weiter hier zum, zum grünen Weg, würde ich mal sagen. So, toc, 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 toc. Der grüne Brücke öffnen wir jetzt. Momo. Du. Du hier. Was machst du hier, Momo? Oh. Oh. Jetzt müssen wir hier gegen Momo kämpfen. Ja. Und zack. Verbrenne doch. Haha. Und so. Gleich besiegen wir dich, du Fiesling. Und ich bin so gespannt, was in der letzten Brücke drin sein wird. So. Verbrenne. Ha. Ha. Und zack. Und besieg. Super, Leute. Jetzt müssen wir nur noch, oh, die Hose auf jeden Fall austauschen. Und jetzt nur noch die rote Brücke. Leute, ihr seid ja auch so gespannt zu wissen, was da drin ist. So wie ich. Gut. Dann öffnen wir die jetzt gemeinsam. Und Sesam, öffne dich. Was? Wer bist du denn, Leute? Hilfe. Wer ist das? Wow. Warum greifst du mich an? Verbrenne. Du bist nur ein Klon. Du bist nicht der Echte. So. Toc, 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 toc. Und ha. Und so. Wow. Ich muss hier abhauen. Wow. Der ist ja super stark. Wieso ist der so stark? Hilfe. Da. Meine Schuhe sind kaputt. So, verbrenne doch. Und zack. Und zack. Und meine Ausrüstung ist leider total schwach, Leute. Wow. Wow. Oh Gott, oh Gott, Leute. Meine Herzen sind immer total niedrig. Ich muss jetzt auf Abstand bleiben. Und zack. Und zack. Und gleich haben wir ihn. Wow. Leute, wir haben ihn besiegt. Oh Gott, oh Gott. Was hat das Ganze hier zu bedeuten? Wer war das? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal. Drückt 13 Mal auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann schaltet auch morgen wieder ein. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.